Herzlich Willkommen bei Brenten-Mohndorf. Sicherlich hat der eine oder andere sich schon die Frage gestellt, was der massenreichste Stern ungefähr sein könnte. Eines davon ist LBV 1826, eines der massenreichsten Sterne in der Milchstraße, ca. 49.000 Nichtjahre entfernt. Aller wird bei etwa 1-2 Millionen Jahren geschätzt und befinden sich im Sternbild Schütze. Mit bloßen Augen kann es nicht erkannt werden, da der Überries etwa 49.000 Nichtjahre entfernt ist am anderen Ende der Milchstraße. Dort funkelt er und Gas- und Staubfolgen zwischen uns absorbieren von den Sternen ca. 90% eines sichtbaren Infraroten nichts. Und daher kann man diesen Stern auch nicht sehen, allein wegen der Entfernung auch schon. Aber die Frage ist, ist es ein Doppelstern oder nicht? Die Masse ist extrem groß. Und spezielle Beobachtungsdaten haben sie dadurch gewonnen. Und die stützen die Annahme, dass das ein Doppelstern sein könnte, wo zwei Sterne in der Abstammung von 400 astronomischen Einheiten sich umkreisen. Aber die Frage ist dann, wie können zwei massenreiche Sterne in so kregen Abstand miteinander standen sein? Andererseits kann es dann ein Einzelstern sein, weil normal diese extrem massenreichen Sterne über 200 Sonnenmassen gab es am Anfang Teil des Universums. Aber wiederum gibt es noch einen anderen Kandidaten, R136A1, der hat sogar 256 Sonnenmassen. Das hat mal ganz viele Spekulationen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis beim nächsten Mal. Tschüss.